Hey, hey, hey und willkommen zurück zu einer neuen Folge von DayZ, der Standalone. Heute bin ich unterwegs mit zwei Freunden. Einer ist noch ganz neu dabei, der hat noch nicht wirklich viel Zeug. Und einen, mit dem ich schon einige Tage umherziehe. Wir sind wieder auf einem Experimental-Server, der Version 47. Und ja, wir sind ein bisschen durch Bärensino am Laufen und schauen mal, was wir so alles noch finden. Aber ganz besonders sind wir auf der Jagd. Ja, ich glaube, ich habe was gesehen. Ja, sehr verdächtig. Ich habe meinen Jungs auch schon Bescheid gesagt. Wir umstellen ihn. Das ist natürlich sehr auffällig, wenn man mit einem roten Regenjacken hier umherläuft. Er hat uns wahrscheinlich noch nicht so richtig wahrgenommen. Er ist irgendwo in diesem Haus oder in einem der Seitengänge verschwunden. Ja, also hier ist er nicht mehr. Ja, mein Kumpel hat nicht gezögert. Joa, der hatte noch nicht viel. Das ist eigentlich eine Schande, aber... Naja. Ihr könnt uns dafür verfluchen, kreuzigen, verbrennen. Spielt mal Experimental. Da sind eure Charaktere eh nicht von langer Dauer. Wenn ihr dann nur looten geht und dann noch nicht mal zur Action kommt, dann ist plötzlich schon wieder der Experimental auf dem Stable. Und schon sind eure Charaktere gewibed. Wo wir doch glauben, dass wir einen gefunden haben, kommt gleich noch ein zweiter raus. Und er ist sehr aufdringlich. Wir sind übrigens auf einem britischen Server. Die Mehrzahl ist somit englischsprachig. Wow. Sure. Okay. Hey. Can I job us? I job us with you guys. Yeah. Hey, Mann. Ja, wir erinnern uns wegen den Zombies, dass wir sie töten sollen. Ja, und warum schießen wir auf sie? Ich denke, sie haben es begriffen. Ja, bei mir ist es leider etwas blöd gelaufen. Ich bin hier rumbluten und die Zombies hängen an meiner Backe. So, sie sind alle down. Unser neuer Freund kann sich jetzt ein bisschen ausrüsten. Leider keine Schusswaffe dabei. Aber einen schönen Rucksack hat er. So, hier habe ich direkt aus reception. So, offensive. Oh, gut. So, sie sind mit ihnen. So, hier wird er noch nicht so gut. So, sie hören sich das einfach. So, ihr habt euch das gut. So, wenn ihr euch das? So, sieh? So, was ihr? So, wie ihr? So, wirst du nicht einfach? So, wie ihr? So, wie ihr es? So, wie ihr das? So, wie sie ist ihre? So, wie ihr das? Das war's. Ja, von hier hat man ne schöne Sicht. Da ist was. Ja. 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 jetzt etwas seltsam aus, er ist down und tschüss!